Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu yaquhlu fil-Kur'an Wa min an nasi men yattachidhu min dunillahi an dadai yuhibbunahum ka hubbillah wal ladhina amanu ashaddu hubba lillah Das heißt, Allah sagt diesem Koran in Sura 2 Vers 164 Unter den Menschen gibt es welche, die sich nehmen, Allah Rivalen nehmen Und diese Rivalen so lieben, wie man nur Allah lieben soll Doch diejenigen, die gläubig sind, sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger Das heißt, Allah muss für den Gläubigen an erster Stelle stehen Vor der Familie, vor dem Vater, vor der Mutter, vor dem Heimatland, vor der Nationalität Allah steht an erster Stelle Und die Botschaft Allahs ist der Koran Und wir haben hier ein schönes Zeichen Ich bin in Marokko, hier gerade, in Marokko Und ihr seht hier, auf diesem Berg Leider ist gerade ein bisschen Nebel Allah steht oben Und darunter steht dann Al-Watan Das heißt, die Heimat, das Heimatland Und dann Al-Malik, der König Was für mich wichtig ist, ist, dass Allah da drüber steht Leider sehen wir sogar in manchen Moscheen Dass Allah und Muhammad auf einer Höhe stehen Und Allah muss über den Propheten Aleyhis Salatü Salam stehen Natürlich, es anzuhängen oder an die Wand zu hängen Das ist die eine Sache Das Wichtigste ist, dass wir das im Herzen tragen Und wie äußert sich das am stärksten, die Liebe zu Allah Wie kann man sich selber am besten auf die Probe stellen Ob man wirklich Allah liebt Allah sagt in Surah 3, Vers 31 Das heißt, sprich Wenn ihr Allah liebt So folgte mir So wird euch Allah lieben Das heißt, bin ich wirklich jemand Der dem Befehlen des Propheten Aleyhis Salatü am folgt Bin ich wirklich jemand Der das, was der Prophet Aleyhis Salatü am verboten hat Umgeht nicht begeht fragt dich selber ich muss mich auch selber fragen haasibu anfusakum kablantu haasabu rechnet mit euch selber ab bevor mit euch abgerechnet wird wird assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh